So Leute, ich hab mich wieder eingekriegt. Zweiter Versuch. Darth Malak. Ja. Gut gemacht, Revan. Ihr seid... Genug. Ihr seid wieder... Pssst. Machtwiderstand. Okay, ist die Moon gegen die. Versuch jetzt mal mit damit. Er ist zu mächtig. Der ist viel zu mächtig. Der killt mich mit zwei Schlägen. So, ich mach nochmal einen Schnitt.